Bidi bidi ba, er ist nicht verschollen, er ist immer noch da. Hallo meine Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video und es gibt einen großen Patch bei Diablo Immortal, ein quasi Weihnachtspatch, der uns allerhand Geschenke bringt und was er so bringt, das gucken wir uns auf jeden Fall mal ingame an, weil es gibt einiges und das Video wird wahrscheinlich etwas länger werden, weil ich doch einiges zeigen möchte. Zwar kann ich nicht alles zeigen, aber so ein paar Sachen, auf die können wir eingehen, auf ein paar wichtige Sachen, die ich gesehen habe und erlebt habe. Das allerwichtigste ist, sofort nach dem Patch, es hat nicht lange gedauert, vielleicht ein paar Stunden und ich war über 1000 kW mehr als vorher, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das war ziemlich, ziemlich krass, kann ich euch nur sagen. So, da sind wir aber auch schon ingame und ihr seht, auch hier bei Ocomic hat sich ein wenig verändert, er ist jetzt bei den Immortals und ja, auch dazu wird es nochmal ein Video geben. Was machen die Immortals, wieso verkloppen die einen immer, wenn man versucht Schätze aus der Schatzkammer zu stehlen und so weiter. Aber, ich habe jetzt erstmal die Seite von Diablo auch geöffnet, um nichts zu vergessen, was hier in diesen Patch Notes erwähnt wird, denn es gibt einiges, was als allererstes auffällt, wenn ihr euch einloggt, das ist mir direkt sofort aufgefallen. Ich habe mich eingeloggt, dann gibt es hier auf jeden Fall eine neue Schaltfläche, aber was mir direkt aufgefallen ist, meine Kampfwertung war niedriger als vorher, als ich mich eingeloggt habe. Ich hatte vorher irgendwie 7300 kW gehabt und als ich mich eingeloggt hatte, hatte ich plötzlich noch 7100 kW, also das war irgendwas komisch und habe dann gemerkt, dass beim Religiar der Hölle sich etwas geändert hat. Und das war das allererste, was ich überhaupt im Spiel festgestellt habe, dass es jetzt dämonische Überreste gibt, die habe ich alle schon verwertet übrigens, weil dafür kriegt man diese Leerblutschlacke, die man dann zum Aufwerten des Religias bekommt. Ihr bekommt keine Skoria in dem Sinne mehr und werdet ihr jetzt sagen, was mache ich denn aber mit meiner Skoria, die ich jetzt angesammelt habe, verdammt, kann ich damit nicht mehr meinen Religiar upgraden. Doch, ein Truppenmitglied von mir hat das schon gemacht. Man kann das hier, die Schlacke, kombinieren mit der Skoria, das heißt also, wenn ihr jetzt sozusagen 100 plus das sind 500, sind ungefähr 600, ich brauche jetzt 700, um das Ganze zu upgraden, das heißt ein bisschen was an Schlacke oder Skoria fehlt mir jetzt noch. Aber wenn ich jetzt entweder etwas mehr Schlacke oder etwas mehr Skoria hätte, dann könnte ich trotzdem mein Religiar aufwerten. Und ihr seht es, also Kampfwertung plus 266 und das ist natürlich nicht alles, weil auch die Dinger, die hier drin sind, bringen euch natürlich noch Kampfwertung, weil sie Attribute mit sich bringen. Die können auch genauso zwei Attribute haben, die können aber auch Dreier-Attribute haben. Ich glaube, irgendwo habe ich hier eins mit drei, genau hier. Die können auch ein Dreier-Attribut haben, was natürlich dann noch mehr KW gibt. Und das werdet ihr als allererstes feststellen, wenn ihr heute die Religiar-Bosse in der Truppe macht, wichtig in der Truppe macht, dann gibt es zwei Änderungen daran. Ich fange mal damit an, weil das, wie gesagt, eins der ersten Sachen war, die mir aufgefallen ist. Dann werden euch einige Dinge auffallen, die jetzt anders sind. Also zum einen natürlich, dass es die Skoria nicht gibt, aber das ist natürlich auch mit anderen Sachen, die es jetzt mittlerweile vorher gab an Materialien, wieder anders. Ihr habt verschiedene Höllenstufen, denn auch extra Höllenstufen sind im Spiel dazugekommen. Ihr habt jetzt bis Hölle 8 sozusagen, also es gibt immer was zu tun. Ab Paragon 480 bietet sich sozusagen Hölle 7 an und die Kampfwertung ist empfohlen von 8.930. Ihr seht schon, 8.930 ist schon eine gute Hausnummer. Es gibt aktuell tatsächlich Leute, die haben schon 9.000 oder über 9.000 Kampfwertung. Ich gehöre da nicht dazu. Aber hier wird es dann richtig lustig. 11.310 auf Hölle 8. Aber egal, das ist alles schaffbar. Ich meine, man hat es von Hölle 1 oder von Normal ja auch irgendwie auf 5 geschafft und dann auf 6. Also das heißt, irgendwie ist es natürlich immer machbar. Aber was man auch sehen wird, ist, dass natürlich die Religiarbosse jetzt nach Höllenstufen eingeteilt sind. Man hat Normal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und damit ändern sich die Religiarbosse auch von Normal, wo man nur Lassal hat, Hölle, wo dann schon Vita dazukommt. Und dann geht es immer so weiter, kommen immer mehr Bosse dazu. Bis dann irgendwann Itzi dazukommt. Und hier dann einer von den neuen Bossen. Und dann ab Hölle 6, seht ihr schon, geht es dann los mit den neuen Bossen. Und der letzte Boss, das ist der liebe junge Herr hier, der hat natürlich auch noch zum Freischalten von Schwierigkeitsstufe Hölle 7 abschließen. Also ihr seht, um dann Hölle 7 Bosse machen zu können, muss natürlich der hier abgeschlossen worden sein. Und die Kampfwertungsvoraussetzungen sind jetzt auch ein bisschen besser angezeigt. Das ist so eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist. Auch, dass jetzt erstmal das hier übersichtlicher ist oder zu sein scheint, was man bekommt. Und dann auch die Kampfwertung ein bisschen schöner dargestellt ist. Also man sieht direkt, was man braucht und man sieht direkt, wo man gerade sich befindet. Wir haben 1 bis 8 Spieler, können aber jetzt auch mit weniger als 8 Spielern das Ganze abschließen. Um eine Truppenbelohnung zu bekommen, brauchen wir allerdings immer noch mindestens 4 aus der Truppe. Das heißt, ihr könnt dann auch einfach mit 4 Leuten reingehen und dann sagen, ja gut, mit 4 Leuten aus der Truppe, da mache ich jetzt hier Hölle 5 Itzi oder Twins oder so und kriege trotzdem meine Truppenbelohnungen dafür. Also ihr kriegt natürlich weiterhin für die Truppenaktivitäten eure Siegel oder wie auch immer man das nennt. Gibt es hier überhaupt einen Namen dafür, wie das Ding heißt? Keine Ahnung. Und ihr kriegt natürlich dann dafür diese Schlacke. Ja, wenn man das macht, kriegt ihr das auf jeden Fall als Truppenbelohnung. Was ihr auch bekommt, ist immer einmal das. Also ihr seht, ich habe heute noch nicht die 5, aber die 6 gemacht. Das heißt, ich habe das alles schon mitgenommen. Das ist alles einmal abgehakt. Donnerstag, also morgen, sollte das Ganze ja wieder zurückgesetzt werden, weil man es ja immer zweimal die Woche machen kann. Und dann kann man das Ganze wieder machen. Und dann hat man immer die Chance auf so einen Teil, was ich euch gerade im Religiar gezeigt habe. Und ihr habt natürlich weiterhin die Chance auf Schlacke. Das sind aber nur das hier, sind die normalen Raidbelohnungen. Ja, also wenn ihr ohne Truppe reingeht. Und das hier sind natürlich die Truppenbelohnungen. Also nur für die Truppe kriegt ihr das. Aber auch wenn ihr keine Truppe haben solltet und ihr farmt halt solche Dinger, könnt ihr natürlich auch Schlacke bekommen. Nur nicht so viel wie wenn ihr in der Truppe unterwegs wärt. Ja, weil wenn ihr das hier verwertet, diese Teile, dann könnt ihr auch daraus Schlacke bekommen und damit trotzdem euer Religiar aufwerten. Das heißt, wenn ihr jetzt am Anfang vielleicht nicht in der Truppe seid oder bis jetzt keine Truppe gefunden habt, könnt ihr natürlich trotzdem weiterhin euer Religiar aufwerten. Also da so ist es natürlich nicht. Aber auf jeden Fall möglich. Und was jetzt auch neu ist, man braucht nicht mehr acht Leute, um so einen Boss zu starten. Das kann ich euch ganz kurz mal demonstrieren. Nehmen wir mal ihn hier oder ihn hier. Nehmen wir mal ihn hier. Der mit seinen Flerermäusen geht mir noch ein bisschen auf den Keks. Und da geht man nochmal auf die Bosse. Gehen wir auf jeden Fall demnächst nochmal ein. Ihr könnt jetzt einfach eine Plünderung erstellen. Dann bin ich hier alleine. Wenn ihr eine für andere Leute machen wollt, also zum Beispiel ihr wollt Leute einladen oder nur ihr selber wollt Leute einladen, weil es eine Truppe sein soll oder so, dann könnt ihr das erst, nachdem ihr es erstellt habt, ändern, die Einstellungen. So, ansonsten, ihr werdet gleich feststellen, ihr hattet jetzt gerade ganz alleine, Solo, diesen Religiardungeon gestartet. Und ja, man kann jetzt tatsächlich mit weniger als acht Leuten das Ding starten. Aber, ganz kleines Aber gibt es trotzdem. Wenn ihr zum Beispiel das Ganze mit nur vier Leuten macht, wartet auf euch am Ende eine Vierertruhe, wo nochmal extra Belohnungen drin sind. Da sind auch legendäre Gegenstände dabei und noch extra Religiargegenstände dabei. Also, es lohnt sich definitiv, mit mindestens vier Leuten reinzugehen. Und bei acht Leuten sind zwei Vierertruhen drin. Das heißt also, es müssen mindestens vier Leute am Ende diese beiden Truhen öffnen. Da hat jeder was davon. Also, es kriegt jeder diese Belohnungen, die in der Truhe drin sind, außer man hat den Boss schon gemacht in der Woche oder dem Zyklus, wo man die Belohnung bekommen kann. Dann kriegt derjenige sie nicht. Aber, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur zu dritt macht, kriegt ihr keine Vierertruhe. Logisch, wie im Dungeon. Wenn ihr den Dungeon nicht zu viert macht, kriegt ihr keine Vierertruhe. Wenn ihr das hier nicht zu viert macht, kriegt ihr keine Vierer. Aber wenn ihr es zu acht macht, kriegt ihr sogar zwei Vierer mit mehr Belohnungen. Also, das ist definitiv neu und natürlich auch sehr cool. Und wir könnten das Ganze jetzt hier machen, wollen wir aber nicht, weil wir wollen ja noch auf ein paar mehr Sachen eingehen, die jetzt mit dazugekommen sind. Und deswegen gucke ich jetzt gerade mal auf unsere Feature-Liste. So, erstmal was auch gesagt wurde, was ich jetzt aber noch nicht so wirklich festgestellt habe, dass das besser geworden ist, ist, bei den Kopfgeldern wurde die Chance, legendäre Items zu bekommen, erhöht. Generell wurde übrigens die Chance erhöht, legendäre und Set-Items zu bekommen, wenn man nicht gerade über dem Server-Paragon liegt. Was ist mein Server-Paragon? Hier könnt ihr es immer sehen, was die Paragon-Stufe des Servers ist. Ich bin ein wenig drüber aktuell, das heißt, ich kriege natürlich einen Malus, aber alle, die drunter sind, kriegen einen Bonus. So. Also, Bounty Chests, also diese Bounty Truhen, haben auf jeden Fall eine höhere Chance, das Ganze jetzt zu droppen, ein legendäres Item. Und wenn man ein, wenn man das Bestiarium, die erste Seite abgibt, dann besteht die Chance auf ein legendäres Item, ein garantiertes legendäres Item. Das heißt, wenn ihr das erste Mal am Tag ein paar Kopfgelder macht, vier Stück oder so, und sammelt dabei Essenzen, oder ihr macht halt auch keine Kopfgelder, macht nur Open-World-Farm und sammelt dabei Essenzen, das ist eigentlich ein totaler Wurst, und gebt das dann ab, dann ist euer erster Drop, der hier rauskommt, ein garantiertes legendäres Item. So. Super. Auf jeden Fall nicht schlecht. So. Dann gibt es noch was, das habe ich allerdings heute schon gemacht, sieht man jetzt leider nicht mehr. Hier, wo eigentlich immer diese drei Truhen angezeigt werden für eure täglichen Aktivitäten, wo man am Ende ja auch Platin bekommt, kann man jetzt auch, wenn man drei Dungeons am Tag macht, ein gratis Set-Item bekommen. Das heißt, macht ihr drei Dungeons am Tag, kriegt ihr definitiv auch ein kostenloses Set-Item, und wenn ihr Glück habt, ist das Set-Item natürlich nice. Und wenn nicht, ist es natürlich wie immer Schrott, und ihr könnt es wieder verwenden. So. Es gibt wieder den Weg des Helden, der wurde zurückgesetzt übrigens, ja. Auch Etappe 5 gibt es aktuell noch nicht, aber man kann trotzdem den Weg des Helden nochmal gehen, und nochmal die Belohnungen dafür einstreichen. Das ist, sage ich mal, theoretisch schon ein bisschen was Positives. Es gibt lustigerweise einen neuen Rahmen, wie es aussieht, weil ich hatte den für Etappe 4 schon, aber der sieht anders aus, und der hier ist jetzt wieder neu. Also das heißt, neuer Rahmen, neues Glück. Wenn ihr das schon hattet, wenn nicht, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht nur diesen hier bekommen. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Außer, dass ihr natürlich jetzt beim Bestiarium ein garantiertes Set-Item bekommt. Ah ja, die drei Dungeons, und ihr kriegt auch ein Set-Item. Und es gab Server, die waren wohl unter dem Paragon Level 320. Falls ihr auf so einem Server wart, und euer Server hatte das Paragon Level 320, oder weniger als 320, wurden diese Server jetzt auf 320 angehoben. Und natürlich auch die Erfahrungspunkte für Leute, die unter dem Server Level sind, wurden angehoben. Vorher war das 400% mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr unter dem Server Paragon seid. Jetzt ist das Maximale, was man bekommen kann, an Erfahrungspunkten plus 800%. Also das heißt, Spieler, die jetzt neu kommen, können wesentlich schneller höhere Stufen wieder erreichen und mit den anderen Spielern gleichziehen, die natürlich schon etwas fortgeschrittener sind. Die Chance, Legendäre und Set-Items zu bekommen, wurde auch erhöht auf 250 oder um 250%, wenn ein Spieler unter dem Server Paragon, Paragon Level ist. Und je näher er rankommt, desto schwerer wird es, wieder Legendäre und Set-Items zu bekommen. Das ist aber was, was mich auch so ein bisschen stört. Ja klar, es ist cool, wenn man schneller rankommt und schneller Fortschritte macht, aber wenn man dann natürlich, wie die Leute, die halt viel spielen, da ist, dann wächst wieder die Frustration, dass man halt weniger Set-Items, weniger Legendäre Items usw. bekommt. Und dann ist man wieder eher frustriert und wird ja eigentlich gezwungen, auch wieder mehr, noch mehr zu farmen, als man es vielleicht sonst schon macht, weil man möchte ja eigentlich Items mit der bestmöglichen Qualität, mit den bestmöglichen Attributen, mit den bestmöglichen magischen Attributen, auch die da drauf sind. Also man will ja so viele wie möglich finden und da natürlich sich die Besten raussuchen. Wenn man dann merkt, ja jetzt bin ich halt ziemlich viel unterwegs, bin über dem Serverparagon, mache viel, aber ich werde dafür bestraft und kriege jetzt weniger Zeug und auch nicht mehr so gutes Zeug, weil ich einfach nicht mehr so viel finde, dann ist es natürlich schon ein bisschen frustrierend für die Leute, die immer spielen. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Hätten sie ruhig generell einfach ein bisschen anheben können. Es gibt neue Paragon-Bäume. Das heißt, ihr könnt natürlich jetzt auch komplett umskillen oder auch euren Schaden weiter versuchen, noch mit den neuen Bäumen etwas zu optimieren, weil man ja auch die Damage-Nodes mitnehmen kann. Und hier hinten seht ihr die drei. Es wird auch so ein bisschen beschrieben, wofür die gut sind, muss man dazu sagen. Also ich muss sagen, als ich mir die das erste Mal angeguckt habe, war ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Man muss es wahrscheinlich auch so ein bisschen ausprobieren, aber bei der Beschreibung, die jetzt hier im Update drin steht, kann ich mir dann schon ein bisschen mehr darunter vorstellen. Also wir haben hier Massaker. wird benutzt, um die Effizienz zu erhöhen, um bessere Killstreaks zu bekommen. Das heißt, um mehr Kills zu bekommen, ist es eher ein Open-World-Farm-Build. Also so ist es wahrscheinlich gedacht. So steht es so ein bisschen drin. Brawler, also Raufbold hier. Der fokussiert sich eben auf die Defensive gegen Elite-Gegner, während man in einer Gruppe ist und auch die anderen profitieren davon. Okay, da muss ich sagen, ist so ein bisschen quasi wie Überlebender, bloß für die Gruppe im Endeffekt. Und damit natürlich auch nicht schlecht, wenn man zum Beispiel gegen höhere Religiarbosse kämpft oder gegen Bosse auf höheren Höllenstufen, wenn man vielleicht diese Höllenstufe gerade eben erst erreicht hat. Und um den Schaden zu minimieren, ist also nicht wirklich PvP die beiden. Also weiß ich noch nicht. Gibt jetzt nicht wirklich einen Vorteil dafür, dass man Spieler tötet, definitiv. Und dann gibt es noch Duelland. Hat sich für mich erst mal angehört, als könnte das was Neues PvP-mäßiges sein. Habe dann reingeguckt und habe gesehen, da ist leider oder da ist einiges drin, was eher danach aussieht, als würde man belohnt werden dafür, dass man Monster tötet. Und dann habe ich das hier in den Update-Notes gelesen. Fokussiert sich darauf, den Schaden zu erhöhen oder Skills mit den Skills, die man hat, den Schaden zu erhöhen und auch den Schaden zu... dass man muss versuchen, den Schaden oder keinen Schaden zu bekommen. Das heißt, dieses... Hier deckt sich euer Schaden immer höher, je weniger Schaden oder wenn ihr keinen Schaden selbst erhaltet. Wenn ihr dann Schaden erhaltet, dann geht der Bonus weg. Aber man kann damit auf jeden Fall seinen Schaden ziemlich erhöhen. Kann natürlich durchaus interessant werden, PvP-mäßig, aber ich habe, wie gesagt, auch schon gesehen, es wurde geschrieben, dass wenn man Monster killt, das heißt, das ist also eher ein PvE-Skill und ist für Damage-Dealer und wahrscheinlich auch vielleicht so ein bisschen besser in der Gruppe geeignet, wenn die anderen den Schaden abbekommen, könnt ihr euch darauf konzentrieren, eher Schaden zu machen und keinen Schaden zu erleiden und damit natürlich dann euren Schaden richtig zu pushen. Also das ist wirklich was, wenn man viel Schaden machen will und vielleicht der Beste im Schaden machen möchte. Keine Ahnung. Es gab auch noch Anpassungen bei Mönchen irgendwie, aber da müsst ihr euch selber mal reinlesen. Wenn ihr Mönch spielt, kann ich jetzt nicht da wirklich viel dazu sagen. Set-Items. Ja, es gab auch eine Anpassung bei Set-Items. Das könnt ihr euch auch durchlesen. V2s Urges 4P-Set. V2s Set. Was auch immer das war. Ich benutze relativ selten passende Sets, weil wenn man was findet, was besser ist für die KW, dann nimmt man meistens erst mal das und versucht dann was vom passenden Set zu bekommen. Aber ich habe noch nie V2s Set 4er Bonus benutzt. Auf jeden Fall wurde da einiges angepasst. Könnt ihr euch auch so nochmal durchlesen. Weg des Helden wurde angepasst. Und für den Schattenkrieg gab es auch Anpassungen. Also ihr kennt das ja. Man geht in den Schattenkrieg, dann ist da diese unsterblichen Wächterstatue, gegen die man kämpfen muss. Wenn man Clan gegen Clan kämpft oder wenn man irgendwann auch im Ritual der Verbannung mal kämpft, dann kann man an den Punkt kommen, wo man diese großen und sterblichen Statue bekämpfen muss. Und normalerweise war es ja immer so, dass sie sehr viel hin und her gelaufen ist, sehr viel hin und her gesprungen ist. Haben sie ein wenig angepasst? Es gibt jetzt sowas wie Stamina. Das heißt also so ausdauermäßig. Wenn man zu viel rumläuft und rumhüpft, dann nimmt dieser Stamina-Balken ab oder dieser Ausdauer-Balken ab und nur wenn man stehen bleibt, fühlt er sich dann wieder langsam. Das heißt also, irgendwann muss der Gegner quasi irgendwann stehen bleiben und dann hat man Zeit auch drauf zu trashen. Und das ist für alle die, die vielleicht sonst immer nur in den Nebenkämpfen kämpfen durften, eine gute Nachricht, weil ihr könnt jetzt auch mal in die Hauptkämpfe reingehen und da kämpfen. Und die Kämpfe dauern auch nicht mehr vielleicht ganz so ewig teilweise, wenn die Leute immer nur hin und her laufen, weil es dann doch schon sehr nervig sein konnte. So, okay. Dungeons. Es gibt jetzt einen Schmied am Ende aller Dungeons. Das heißt also, wenn ihr schmieden gehen wollt, müsst ihr nicht mehr in die Stadt gehen oder sowas, sondern könnt jetzt am Ende des Dungeons schmieden. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass legendäre, also orangene Elite-Gegner in Dungeons spornen. Und jeder Kill hat zwar immer die Chance auf ein legendäres Item, aber natürlich der erste Hit, oder nicht der erste Hit, der erste Kill von so einem Gegner hat natürlich die hundertprozentige Chance. Obwohl man auch mal gehört hat, es soll wohl nicht ganz hundertprozentig sein. Und es gibt jetzt einen neuen Wegpunkt bei der Halle der Echos. Oder wie auch immer das Ding heißt, Höhle der Echos. Falls ihr das mal gesucht habt und immer einen weiten Weg dorthin hattet, jetzt habt ihr es nicht mehr so weit, jetzt gibt es einen neuen Wegpunkt. So. Ach ja, es gibt eine neue Zone, da können wir mal hinreisen. Jetzt habe ich fast gesagt, hintraveln. Olli, ich nehme nicht so viel Englisch. Ähm, sorry. Es ist immer bedingt dadurch, dass man auf Arbeit sehr viel Englisch spricht. So, das ist die Map. Habe ich heute schon ein bisschen erkundet, auch weil man die Story da ein bisschen machen muss. Also wenn ihr euch einloggt, müsst ihr ja eine Story-Quest machen. Also eigentlich gibt es zwei. Einmal für das Religiar. Dann gibt es wieder eine Story um diesen neuen Religiarboss oder die Bosse. Wo kommen die her? Was sind das für Bosse? Will ich jetzt nicht so viel spoilern. Ist auf jeden Fall recht interessant, wenn man Storys gerne spielt und so ein bisschen auf dieses Diablo-Lore natürlich guckt und da so ein paar Infos haben will. Dann ist das auf jeden Fall was, was man sich angucken sollte. Ansonsten für die neue Quest, die es gibt, um sozusagen das Gebiet hier so ein bisschen zu erkunden, kommt man dann natürlich hier hin. Wir können ja mal ein bisschen durchlaufen. Kurz. Gibt es hier verschiedene Punkte, die man sich vielleicht mal angucken kann. So. Beamen wir uns mal weg. Ich habe die Wegpunkte auch schon freigeschaltet, damit ich sie nicht immer so weit habe. Ja. Es ist einiges mit Wasser. Also es gibt viel, wo man am Meer noch langläuft. Das ist quasi, ja, Wegfindung ist immer noch ungeil. Wie immer. Es gibt auf jeden Fall viel am Wasser, wo man langlaufen kann. Das ist eine Festung oder eine Stadt und eine Festung am Meer, die man hier wieder findet. Und ja, das Meer erfahrt ihr quasi auch so ein bisschen in der Story, was ihr da eigentlich treibt oder was ihr da hier eigentlich vorhabt. und dass es da natürlich wieder um auch Deckard Cain geht, der euch Informationen und so weiter gibt. Aktuell gibt es hier noch keine Dungeons. Das wird sich wahrscheinlich aber in Zukunft ändern, weil was wäre denn auch eine Karte ohne Dungeons. Also ihr seht schon, hier geht es noch weiter. Den hier habe ich noch nicht freigeschaltet. Fällt mir auf, aber da können wir ja mal hingehen. Wie machen wir das am besten? Ach ja, über die Stadt. Über die Stadt. kommen wir wahrscheinlich am besten dahin. Und ja, man erfährt halt über neue Gegner. Es gibt neue, neue Mobs, die man killen kann. Es gibt neue Elite-Gegner und es gibt auch schon den Spoiler auf ein paar neue Bosse, die wahrscheinlich kommen, die dann für hoffentlich die neuen Dungeons dann dort sein werden. Also ihr werdet sehen, hier, wenn wir uns das angucken, es gibt ein paar neue Gegner. ein paar Dämonen im Käfig zum Beispiel oder hier so ein Heslon. Ja, es gibt auf jeden Fall einiges, was man sich hier angucken kann. Auch die Map finde ich auch sehr schön. Sehr viele Sachen, die man zwar teilweise manchmal schon kennt, auch einige Sachen, die man vielleicht jetzt noch nicht kennt. Wenn du klickst, dann klick doch ordentlich, Videocomic. So. Es gibt auch wieder eine Stadt, also es gibt wieder einen Wegpunkt von der Stadt. So. Ah, tatsächlich haben wir jetzt durch uns hierher teleportieren können. Das hier ist das verlassene Gefängnis. Auch da sind wir schon wieder auf einen neuen Boss getroffen oder mehrere neue Bosse getroffen in der Story. Aber das will ich jetzt nicht wirklich vorne wegnehmen, weil ihr werdet auf jeden Fall in der Story noch drauf treffen. Und wie gesagt, es bietet sehr viel Potenzial, hier noch ein, zwei Dungeons unterzubringen mit den neuen Bossen. Ich hoffe auch, dass wir die neuen Bosse vielleicht dann in den ältesten Portalen sehen, weil sie dann doch immer langweilig wird, in den ältesten Portalen da das Ganze zu sehen. Und jetzt kommen wir mal auf die Events. Es gibt neue Events oder Ereignisse, sagen wir es mal so. Und es gibt auch neue Materialien. Ihr werdet es vielleicht gesehen haben. Es gibt jetzt, äh, Moment, wo ist es? Ja, genau. Das haben wir schon drüber gesprochen. Dann aber noch diesen, wo ist es? Ah ja, verstärkte Schrottmaterialien. Also ihr kennt die alten Schrottmaterialien, ist quasi auch nicht wirklich was anderes. Und betörender Staub ist quasi auch so was wie der magische Staub. Hier haben wir auch noch den magischen Staub. Ist halt nur für Sachen, die jetzt besser sind, sage ich mal, im Endeffekt. Für eure besseren Sachen braucht ihr natürlich besseres Zeug, was man findet. Und das findet ihr dann nur wieder auf den höheren Qual, oder, ich sage schon Qual, findet ihr halt nur auf den höheren Ebenen. Und wenn ihr auf den höheren Ebenen seid, kriegt ihr dann eben dieses Zeug. Aber ist im Endeffekt auch nicht viel anderes als die vorigen Materialien. Also ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich unbedingt deswegen neue Materialien einführen musste. Aber vielleicht gab es Spieler, die 100 Millionen Schrottmaterialien angesammelt haben. Und dann hat man gesagt, haha, ja, hast jetzt ganz schön viel angesammelt. Aber das bringt dir nichts, weil du brauchst verstärkte Schrottmaterialien für deine Ausrüstung. Sonst könntest du ja jetzt hier Level 100 machen oder sowas damit. Ja, also wer weiß. Vielleicht haben sie das deswegen gemacht. Auf jeden Fall gibt es dieses Zeug. Und es gibt neue Ereignisse und Events. Ich werde mich mal, damit ich nicht immer belästigt werde von Gegnern, in die Stadt teleportieren. Ihr seht es schon, da kommen wieder welche. Ja, es ist Hölle 6, falls sich jemand gefragt hat. Deswegen, ja, es geht so einfach gerade, weil wir einfach so viele Geschenke heute bekommen haben und so viel neues Zeug und so viel durch das Religiar, dass das ziemlich krass ist. Hier gibt es auch, wie ihr sehen könnt, eine Offensive. Das ist ein neues Event, was es hier auf der Map gibt. wo man scheinbar eine Verteidigung machen kann. Also so ähnlich wie wie im Schloss Kröhingar, bloß nicht als Truppe, sondern mit einfach random Leuten, die da hinkommen. Und dann kann man da an der Verteidigung mitmachen. Man kann wohl Donnersteine erhalten. Also jetzt ist die Beschreibung sogar nach Englisch. Ich weiß gar nicht genau, wofür diese Donnersteine jetzt tatsächlich gebraucht werden. Ich habe mich damit jetzt noch gar nicht groß beschäftigt, weil ich noch nichts weiter, glaube ich, gefunden habe von diesen Donnersteinen. Muss ich gerade mal gucken. Es könnte sein, dass da vorhin gerade einer gedroppt ist. Vielleicht haben wir hier noch einen irgendwo. Ne, ich sehe keinen. Scheint für irgendwas gut zu sein. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare unten. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall gibt es diese Verteidigung. Und es gibt neue Ereignisse und da gehen wir mal so ein bisschen durch. Es gibt das Promaltinefest. Und zu dem Promaltinefest gibt es auch einen komplett neuen Skin im Shop, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Das ist dieser hier. Den finde ich teilweise ja von Charakter oder Klasse zu Klasse teilweise sehr interessant. Also ich habe schon, ich weiß glaube ich nicht, den vom Demon Hunter oder den vom Kreuzritter oder sowas gesehen. Auf jeden Fall sah der auch ziemlich nice aus. Ich finde auch der hier sieht eigentlich ziemlich cool aus. Hat was sehr Teuflisches. Also man könnte sagen so Sommersonnenwänden mäßiges ja so feiert Diablo halt Weihnachten. Aber es gibt nicht, das ist nicht nur der einzige Skin. Es gibt noch mehr Sachen, die man bekommen kann. Ihr könnt tägliche Aufgaben machen. Das sind dann immer drei Stück, die hier kommen. Ihr seht, ich habe schon die drei gemacht. Die sind quasi weg. Das ist auch nichts anderes, als man bei den anderen Events im Endeffekt macht. Dann kann man hier Geschenke bekommen. Das heißt, ihr müsst euch dann quasi auch einloggen. Am 1. Januar, 31. Dezember, 25. 24. 18. und 17. Dezember. Und da können verschiedene Sachen drin sein. Wie zum Beispiel das hier, Chat-Emoji oder dieser Rahmen, dann tellurische Perle. All das kann ja auch mit drin sein. Können vielleicht auch andere Sachen drin sein. Weiß ich nicht. Jedenfalls kann man die täglichen Aufgaben machen. Kriegt dann dafür auch eine Perle, ein Emblem. und man kann Grußkarten verschicken oder auch bekommen. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier reingehen, kann gucken, wer ist online und könnte jetzt hier einen Gruß an irgendjemanden rausschicken. Können wir sagen, das wird eine Begrüßung, frohe Promaltine. Und dann schicken wir das Ding ab. Und da seht ihr, ihr kriegt dann gesendet und für je nachdem, wie viel ihr gesendet habt, kriegt ihr dann quasi Edelsteine. Normale Edelsteine. Keine legendären. Leider. Aber ihr könnt natürlich auch Grußkarten erhalten und ich glaube, je nachdem, wie viele Grußkarten ihr erhaltet, könnt ihr auch noch mal Sachen bekommen. Ah, steht ja auch. Haben mich schon gefragt. Genau, das war erstmal das zu dem Event. Und dann gehen wir weiter. Erhabene Nacht gibt es noch. Könnte man sagen, das hat ja letztens schon angefangen, hat sich jetzt weiterentwickelt und war dann auch so, dass man jetzt Herausforderungsaufgaben machen konnte. Und ja, auch die habe ich schon gemacht und dafür gab es jetzt einen mysteriösen, legendären Gegenstand, den ich mir dann geholt habe natürlich. So, Schild des Herz, auch das ist schon ein Ding, was ein bisschen länger läuft. Das ist auch nichts großartig anderes. Da gibt es auch wieder diese ganz normalen Aufgaben und wenn man dann weitermacht, kommt man dann. Aber jetzt Phantommarkt. Phantommarkt ist neu. Zehn Stück hat man kostenlos bekommen. Zehn Münzen des Phantommarks hat man kostenlos bekommen. Dafür konnte man einmal ziehen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch was bekommen. Ja, habe ich gezogen und habe das hier gekriegt, einen neuen Skin. Und wenn ihr ganz toll seid und ganz viel Glück habt, kriegt ihr mit der ersten Ziehung vielleicht auch diesen winterlichen Winterskin. wobei ich sagen muss, dass mir das jetzt gar nicht so für den Hexenmeister passt, aber da sind ja Geschmäcker unterschiedlich. Man kann auch ein Portal bekommen oder zum Beispiel geflügelte Dunkelheit, das Rüstungsset, Schlachtscharmützel, Rüstungsset. Das wechselt auch teilweise. Ihr seht, Ereignis endet am Serverzeit zehnmal. So, man kann zehnmal ziehen, kostet aber solche Marken. Wo bekommt man diese Marken? Die bekommt man nur, wenn man solche Perlen eintauscht. Das heißt eigentlich, pay to get all prices. Also bezahle, um hier tatsächlich alles zu bekommen. Wenn man alles haben möchte, ihr seht, die haben unterschiedliche, Wahrscheinlichkeiten. Verzweiflung, Geringschätzung, die Chat-Emojis haben natürlich eine größere Chance, dass man die bekommt und dann wird es immer kleiner. Und Z, heilige Wildnis, was hier in der Mitte ist, hat natürlich die geringste Chance von allen. Wenn man also Pech hat, muss man eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ich glaube, zehnmal ziehen. Das Ding ist ja nicht, dass die Chancen so gering sind, sondern, guckt euch das an, zehn Münzen für die erste Ziehung. 60 Münzen für die zweite Ziehung. Dann wird es immer mehr und für die zehnte Ziehung braucht ihr zweitausend Münzen. Zweitausend Münzen. Und wenn wir das jetzt machen, ja, möchtet ihr mit sechzig Kugeln ziehen. Das heißt, ihr könnt entweder sechzig Münzen einsetzen oder sechzig Kugeln. Ihr könnt also insgesamt zweitausend Kugeln theoretisch, nee, sogar mehr hier lassen, weil ihr zieht ja zehn, das ist einmal kostenlos. So, dann zieht ihr aber einmal mit sechzig Kugeln, dann hundertfünfzig Kugeln, das addiert sich ja auf. Das heißt, wir haben hier schon mal tausend, zweitausend, dreitausend, viertausend, ja, ungefähr viertausend Kugeln, die wir hier gelassen haben. Und wenn man dann tatsächlich die zehnte Ziehung macht, dann hätten wir sechstausend Kugeln. Also ziemlich verrückt, was man hier an Kugeln lassen könnte, wenn man denn das wollte. Freunde werden, man hat sich auch, glaube ich, ein bisschen geneuert, also hier seht's, sind ein paar Sachen dazugekommen, beziehungsweise der Rahmen ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen anders. Und wenn ihr Diablo 4 vorbestellt hat, wozu ich auch nur raten kann, also wer großer Diablo-Fan ist und von Diablo 1 und 2 Fan war, der sollte sich das auf jeden Fall holen von der 3. Unterscheidet sich's doch ziemlich krass. Also ich hab schon die Closed Beta gespielt, kann leider nicht zeigen, weil ist geheim. Aber wenn die Open Beta anfängt, kann ich euch vielleicht mal so ein bisschen Footage zeigen, wie man es so schön nennt, von dem, was ich aufgenommen habe. Da gibt es nämlich einiges, was ich euch durchaus zeigen kann. Religiar hat man schon. Es gibt noch neue legendäre Edelsteine. Würde ich jetzt nicht alles durchgehen, könnt ihr aber gerne nochmal lesen. Es gibt einen 1 Sterne, 2 2 Sterne und 2 5 Sterne, die neu sind. Ob sich der für euch lohnt, einer davon, könnt ihr ja in der Beschreibung herausfinden. Aber ja, wer will schon legendäre Edelsteine? Muss man dann entweder über den Markt holen, wenn man einen braucht oder man hat Glück und findet ihn. Aber das schlimmste ist ja bei den 5 Sterne Edelsteinen immer eigentlich das Aufleveln. Jetzt gibt es noch was erfreuliches, was ich euch eigentlich zeigen kann, ein bisschen interessanter ist als legendäre Edelsteine. Und zwar Moment, gleich kommt es. Es gibt einen Barbier, der ist neu, gibt es jetzt hier in Westmark. Kann man hinlaufen, muss man aber nicht und kann dort sein Aussehen verändern. Also quasi, wenn man damit unzufrieden ist, wie man sich gestaltet hat, kann man sich hier den Charakter anpassen. Aktuell gibt es noch keine Geschlechteranpassung, also man kann jetzt nicht von männlich auf weiblich switchen, aber man könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich wollte doch lieber so aussehen oder nee, ich wollte doch lieber den oder den haben vom Aussehen her. Dann kann man das machen oder man sagt, nee, ich behalte doch lieber meinen und lässt es dann eben alles beim alten und hier gibt es dann vielleicht irgendwann gibt es auch die Geschlechtsanpassung eines Tages hier, das wäre ja schon mal ein Fortschritt, den wir hier haben könnten und es wird natürlich auch einen neuen Battle Pass geben und zwar den Season 8 Battle Pass der kommt am 22 Dezember um 3 Uhr Server Zeit es wird auch ein hungriges Mond Event geben ich wollte gerade gucken ob ich zu dem Battle Pass irgendwas gefunden habe was die Rüstung angeht aber nein nicht wirklich aber hier könnt ihr schon mal sehen hat ein bisschen Ähnlichkeit mit was was wir schon mal gesehen haben aber sieht doch recht interessant aus bin mal gespannt wie es dann aussieht in game die Bilder sind ja aber sehr schön gemacht das also Bilder machen können sie definitiv und auch Videos wenn ihr den neuen Trailer zu Diablo 4 gesehen habt dann seid auf jeden Fall gespannt das können sie so Bugfixes gab es weiß ich gar nicht gab es bestimmt auch aber steht jetzt hier nichts mit drin so jetzt ist das Video schon ein bisschen länger geworden aber ich denke wir haben erstmal so die wichtigsten Sachen haben wir glaube ich erstmal besprochen ich denke das war auch das was am allerwichtigsten war ich gucke gerade mal aufwerten ja genau also ab einer gewissen Stufe werde ich sehen dass ihr dann nur noch roten Staub und rote Schrott Materialien benutzen könnt da bin ich irgendwie so ein bisschen Probleme an Gold zu kommen aber nichts desto trotz seht ihr vielleicht dass ich auch bei den ältesten bei den Herausforderungsportalen schon ein bisschen weiter gekommen bin und hier ist es tatsächlich so dass ihr schon die verstärkten Schrottmaterialien und die kryptischen Kristalle benötigt das heißt hier brauchen wir dann schon die höheren Herausforderungsportale dann ich bin da nicht am Ende mit den Herausforderungsportalen aber ab da wenn man dann alles auf Stufe 10 hat wenn man dann von 10 weitermachen will dann brauchen wir das dann ist kommt man nicht drumrum sich das ganze hier zu holen ich gucke gerade noch auf die Karte also das habe ich euch glaube ich zwar erzählt aber noch nicht gezeigt es gibt jetzt diese Bäumchen hier die sind fürs Event die verschwinden wahrscheinlich nach dem Event wieder da habe ich übrigens was festgestellt was mir nicht ganz so gut gefallen hat nämlich dass ein Baum so ein bisschen einem die Sicht nimmt achso übrigens ist ein wenig winterlich gestaltet worden was ich ganz cool finde weil ich stehe ja so auf solche Winter Events und sowas wo man dann Anpassungen macht der Baum hier steht nämlich im Weg wenn man die Truhe bekommt für die Kopfgelder und der blendet sich auch nicht aus wenn man davor steht das heißt wenn die Truhe hier steht dann klickt man manchmal aus Versehen diesen Baum an ich habe hier auch ein paar Karten bekommen wie man sieht und dafür ist der Baum dass man quasi seine Karten angucken kann hier seht's Karten kann man lesen kann man verschicken kann man antworten oder auch nicht habe ich ja selber schon rausgeschickt an die Leute hier okay es ist viel los ich hoffe ihr bekommt auch richtig guten Loot jetzt also ich habe tatsächlich einiges bekommen und ich habe noch nicht mal viele Dungeons heute gemacht ich habe wirklich nur die drei täglichen Dungeons gemacht und dann bin ich noch zweimal Endezeit Zerstörung gelaufen und das war's dann und habe jetzt schon fast 1000 KW oder sind 1000 KW mehr als vorher schon alleine durchs Religiar durch die neuen Bosse hat sich gesteigert dass es wirklich ziemlich krass war was da an KW rumkam also ich hoffe ihr habt auch Glück weil einige Leute auch aus meiner Truppe hatten Glück die haben sogar 1300 KW mehr gemacht sind jetzt schon bei 8600 oder sowas angekommen waren gestern auch noch auf 7300 400 oder so also von daher sei euch das Glück hold und ich hoffe toll toll auf guten Loot für euch und wir sehen uns bei den nächsten Videos ich mache auf jeden Fall noch ein bisschen was demnächst und warum ich nicht so viel gemacht habe das erfahrt ihr auch noch demnächst bis dahin meine lieben Freunde lasst es euch gut gehen tschüss